Wie alt bist du? Ich bin 20. Ja, du musst jetzt schon... Jetzt geht's los. Deine Zeit kommt los. Mit 20 war ich der größte Gangster aus Essen. Pass auf. Du musst auf jeden Fall eine Ansage machen, Bruder. An wen? Amo Abdallah, Bruder. 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 Yallah, zeig mal, was die Gangster drauf haben. Mach Ansage. Wallah, wenn dich alle... Na, was geht, Bruder? Bottrop, Habibi. Bottrop. Yallah, mach mal Ansage. Stuh auf seinen Kopf. Yallah, ya hobbi. Mach schon auf deinen Kopf, Habibi Bottrop. Ey, Leute aus Bottrop sind stabil. Mach mal Ansage am Mo Abdallah. Mach Ansage nie. Mach Ansage nie. An wen soll ich Ansage machen? Am Mo Abdallah mal zwei Profiboxer. Was hängst du von Barello? 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 Barello, der macht nur Fitna. Was hängst du von den Socken im Mund und solche Junkie? Das soll der Gang werden. Das soll der Gang werden. Das soll der Gang werden. Lass auf den Kopf. Ja, Mann, ich feiere euch. Das ist der Ruhrwort, Leute. Wallah, vielen krass. Wallah, das sind keine Kinder. Mit 20 haben andere zu sein. Wallah, normal, Bruder. Die sagen, wie ihr seid Kinder zu sein. Woll mal deine Batzen raus. Zeig dir mal, wie die Babos sind hier. Was die Kinder machen. Diese Kinder können flutschi flutschi machen. Die kennen Kinder. Andere sitzen im Club und kriegen Duldum im Arsch. Es sehen, es sehen. Andere sitzen im Club und kriegen Duldum im Arsch. Aber diese Kinder können. Wir haben, Habiby. Das funktioniert. Bei den anderen funktioniert nicht. Ja, Hoppy. Ja, Hoppy. Ja, Hoppy. Ja, Hoppy. Auf jeden Fall. Ab heute nur noch Fitna-Time. Ich bin Oldtimer geworden. Ich will beibringen Leuten, wie man ansagen macht. Das ist ein Köppchen. Stimmt das? Hahaha. Was? Sadoklan hinter dir. Abusseheinig. Bester Sadoklan. Ja, Hoppy. Ja, Hoppy. Erzähl mal, wie viele Einbrüche habt ihr heute gemacht, Cousin? Danke, Bruder. Danke. Stimmt die Kasse heute? Normal, Bruder. Schiss euer Herzen. Macht weiter so. Nehmt alles auseinander. Dig doch sportlich. Nehmt alles auseinander, Bruder. Macht nur para, para, para. Wir gehen nicht im Klub zum Fragen. Ey, Bruder. Mein kurdischer Bruder. Kannst du mehr? Wallabilla, der hat bei den Kurden 50 Euro gebeten. Ach so. Ich halte mein Wort. Ich halte mein Wort. Wo ist Varello der Kalt? Wo ist Varello der Kalt? Der ist ja Blasi-Blasi. Blasi-Blasi. Das ist sein Job. Das ist sein Job. Auf Bote zu knien und so, oder? Varello der Kalt! Varello der Kalt! Ehhh! Wieder mal die Foyuz voll zu machen und sagst du, was soll das? Hör doch einfach auf über mich zu reden, ja Maniac. Aber Dante? Ja, Bruder. Was hat Momo News gemacht, ja mit Flaschen und so? Egal, Momo News ist besser als wer. Momo News, das ist bei denen so im Live nur Schauspielerei. Ja. Aber Menschen kriegen im wahren Leben Privat Bild. Im Geld. Ha! Ja! 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 Wenn man so hinsieht und auch tagen ist, dann müssen sie sich... Ja, und meine Eier kaputt! Meine Eier auf seinen Kopf! Ja, Bruder? Oh, was the guy is rich? Alaydanz wa, vayn gandans yandans Kom, bravo! Gezle, ceylan, gugallarda Seni... Blast du, schupe, 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 schupe. Jajobbe! Jajobbe! Ach! Jajobbe! Ich geh ab heute 24-7 live! Ich geh ab heute 24-7 live extra, damit Menschen sterben! Postmann, mein Bruderherz, ich küsse doch die Seele deines Herzens! Jajobbe! Ich geh ab heute 24-7 live extra, damit Menschen sterben! Jajobbe! Danke, Bruder! Danke! Jajobbe! Habibi! Salam nach Afghanistan, Ehrenmänner! Beste Afghaner! Mit Herz! Ich liebe euch mit Herz! Wallah billah, meine afghanischen Brüder! Berlin ist was Allah macht! Guck mal, Leute! Eine Sache sage ich euch! Ehrenmänner! Mit Sharaf und Nermuz leben wir und tun wir aus dem Kopf! Aber Menschen! Ist mein aber gut, ich folge! Menschen, die auf Mafia machen und auf Genstra machen und wahrem Liebling sind, sind falsche Fuffis! Auf jeden Fall, Barelo an dich! Barelo nicht beleidigen, lass mal! Barelo hat sich selber, guck mal! Barelo ist ein Mensch, er beleidigt sich selber! Allah SWT hat ihm so eine Gabe gegeben, er hat den Universum Shaitan gekriegt! Er hat einen Shaitan in sich! Sein Gym? Ich hab letztes Mal Fatihah gelesen! Ich kann das auch gleich posten! Für ihn! Nein, ich beladige dich nicht Barelo! Allah SWT hat dich schon in die Dreck! Subhanallah! Allah SWT hat dich so weit gebracht, dass du im Live... Du hast ja eine Melligkeit verloren Barelo! Barelo, jetzt mal ohne Scheiß! Nimm mal Spaß zur Seite! Nimm mal Fitna zur Seite! Hast du, du bist 22 Jahre alt! Mit 22... Och, zum Bildern war ich der größte Einbrecher! Tresoreinbrecher, der es gab! Ich war im Knast, aber ich hab niemals in meinem Leben... Ich hab mit 20 Leute, die alt sind, wie mein Opa, hab ich zu Keppichs gemacht! Mit 20! Jetzt bin ich aus dem Alter raus, ich bin ruhig geworden! Sei froh, dass ich nicht mehr so bin wie früher! Wallah, ich war bei Allah, wenn ich kein Kind hätte Barelo! Wenn ich kein Kind hätte, ich war auf meine Mutter, ich wäre nach Halofa gegangen! Ich hätte Sachen gemacht, die deine Vorväter nicht mit dir gemacht haben! Aber, deswegen lass ich dich in Ruhe! Ich nehm dich nicht ernst, weil Allah SWT hat dich schon bloß gestellt! Wo war's eine Menge...